Musik 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 Was ist kein unendlich höhe Skandal? Ja, furchtbar, ne? So, haben wir jetzt noch irgendwas übersehen? Ich mein, die werden sich schon nicht umbringen, wenn ich mehr Zeit lasse. Ja, das ist klar. Was sollen wir mit diesen Gefangenen machen? Erlädt sie! Nicht schießen! Vielleicht hab ich mir doch zu viel Zeit gebraucht. Ein verfehlt. Ab jetzt sei gründlicher. Ihr klein-arschig-wir. Sieht sauber aus hier. Team 4 sucht in den Tunneln nach einer Spur des Atlas. Oh, ich hab echt nur zwölf Muni? Alles töten, was dich noch bewegt. Und nimm die Messer, wenn's geht. Ich hab doch grad voll viel eingesammelt, da hab ich mir das gedacht. So, Kiste aufklappen und dann Stinkefinger. Ja. Irgendwas, was schön in die Luft gehen kann, wenn ich drauf schieße. Leider nicht, ne? Komm, 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 komm doch mal her. Komm mal hier rüber. Komm, komm doch mal hier her. Kommen sie doch mal in diese dunkle Gasse. Wie sie immer alles mit Gewalt lösen will. Gar nicht, aber die werden ja anfangen. Es werde hier nicht ohne Kampf durchkommen, glaube ich. Ja. Das sind zwar gerade alle nicht. Das ist auch gerade alles. Oh. Oh. Und das haben sie mich jetzt nicht gesehen. Ja, das hätte ich jetzt schon mal nicht gedacht. Gewalt ist keine Lösung. Da hast du auch recht, Patrick. Aber weißt du, wenn ich da jetzt mit erhobenen Händen reingehe... Um wie viel wollen wir wetten, dass sie auf mich schießen? Hände in die Luft und mal fragen, ob sie nicht vielleicht reden wollen. Genau. Wurde das schon mal probiert. Aber hey, vielleicht komme ich ja hier durchgesteuft. Man weiß es nicht. Das habe ich noch nicht probiert. Man kann es ja mal probieren. Aber wenn ich jetzt da lang laufe, sehen die mich bestimmt. Kann ich mir vorstellen. Guck mal, ich muss da rüber. Oh, da... Oh, guck mal. Da ist ein Kanister. Auf den kann man doch so schön schießen. Und dann macht es... Bam. Das sind echt viele hier, ne? Da ist ein Bursch. Ne, der sieht mich. Aber es wäre lustig. Der muss sich... Da hinten muss ich umdrehen. Der ist... Oh, ne, jetzt sind sie alle rot. Jetzt ist er bei der... Geld. Aber nicht bei dem Ölpreis. Jetzt ist der rot. Oh Gott, wehe. Geh weg. Ich will in den Bursch da rein. Oh. 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 Keine Ahnung, wie ich da drüben hinkommen soll, ohne dass sie mich sehen. Weil ich kann nicht den hier außer Gefecht sitzen. Aber dass der mich nicht sieht, glaube ich gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nicht... Hallo? Wie blind sind die denn? Lara sitzt so und hält sich bestimmt die Augen zu. Wenn ich dich nicht sehen kann, kannst du mich... Ja. Kontakt. Komm. Scheiße. 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 No. 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 Ja, ja. Ah. Aua. Verdammte Akten! Oh, die können die Dinger zerschießen! Nicht nachladen! Die haben gerade meine Deckung zerschossen, sie sind Schweine. Das hat ja wunderbar geklappt mit diesen... ...unentdeckt durchkommen. Das hat ja wirklich hervorragend geklappt! Aber die Schrotflinte hat gute Dienste erwiesen gerade. Gute, gute Pumpgun. Also ihr habt gesehen, der Wille war da. Ich wollte wirklich ohne Verluste dadurch, ja? Hat leider nicht geklappt. Ihr habt es gesehen. Aber die haben schön viel Munition dabei. Ich glaube, die Schrotflinte haben die anderen jetzt gehört. Ne, das ist ja so viel Getümmel hier. Das kriegen die Wandsch mit. Das kriegen die Wandsch mit. Ja! Ja, ja, ja. Oh, was ist denn das? Zerschießen Sie alle versteckten Funkgeräte? Oha! Auch noch. Oh, da ist auch noch eins. Der Einsatz der Schrotfunter hat ihn definitiv kurz zur Brechen bereitet. Oh, da sind die eigentlich hier oder was? Ich stecke eine Funkgeräte? Keine Sorge, wir werden bestimmt gleich noch ein bisschen ballern hier. Aber bei dem einen bin ich ja durchgekommen, ohne die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Wo wir... Wo ich dann aber dafür die ganzen Laptops nicht erschossen hab. Leider. Hallo, Morpfeiter. Oh, da liegt ja auch noch was. Es ist der erste Winter seit der Mongolen Invasion. Höchstens jeder dritte von uns wird überleben. Einst hatten wir Marmorpaläste durch Erdwärme beheizt. Wir hatten den Reichtum und Luxus eines Imperiums. Heute finden wir kaum genug Fälle, um unsere Kinder zu wärmen oder genug Wurzeln und Beeren, um satt zu werden. Wenn wir noch einen Winter überleben wollen, müssen wir uns anpassen. Tun wir das nicht, werden wir Nahrung für die Erde und die Tiere holen sich das Tal zurück. Es liegt jetzt an uns. Nur an uns. Ich kann mal hier umgucken, ob da irgendwo noch ein Funkgerät hängt. Hallo, Fronti. Ist nur Startseite gewesen, Fronti. Keine Sorge. Es war keine Sorge. Aber das ist nichts, woran wir uns gewöhnen sollten, würde ich damit eher sagen. Ich glaube, die anderen hängen dann... Was geht da hier noch? Warte mal, hier war noch einer. Das ist ausgeweidet. Die anderen hängen wahrscheinlich dann im nächsten Bereich. Die ist doch schon wieder ein halb acht Stunden, ja. Was würden wir denn da machen? Was ist denn hier? Was ist denn hier? So. Das war jetzt abgest. Nee. Also ich wollte gar nicht jetzt leise durchkommen von meines. Diese Lara, kann die, kann er so... Wie viel sind denn immer drin im Schuss? Wahrscheinlich nur vier maximal, hm? Und danke nochmal für eure ganzen Folos. Ich sehe das, aber der Alert ist aus. Vielen, vielen Dank. Hör doch mal auf, mich so zu erschrecken, du Zimpfeklatscher! Hä? Hey, hey, langsam! Diese Mistkerle sind raffiniert. Vielleicht haben sie Fallen gelegt. Keine Angst, ich tötte alles, was ich versägt. Geh jetzt langsam. Augen aufhalten. Hä? 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 Äh... Hä? Ich meine... Oh nein. Es sind zwei blöse Pupen gestorben. Wie schrecklich. Die... Gut durch, ne? Gut durch! Guck mal, da sind auch gute dabei. Okay. Diesmal hab ich nachgeladen. Einzelnen kalt machen. Ruhig, Sophia. Das ist ein Blutbad. Wir verlieren zu viele Leute. Vielleicht haben deine Leute jetzt genug geopfert. Das ist... unser Schicksal. Ich habe mich in dir geirrt. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Ich muss die Übrigen in Sicherheit bringen. Aber der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Das wird schon wieder. Ey, wo sind meine Leichen? Mir geht's gut. Hallo? Wir müssen die anderen in Sicherheit bringen. Toll. Ich will doch plündern. Wann? Nur atmen. Wir bringen dich hier weg. Wir bringen dich hier weg. Halt durch. Nur atmen. Es ist weit vorbei. Nö. Ah! 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 Dieses Wandbild zeigt den Moment, als sie das Tal fanden. Es muss wie ein Paradies gewirkt haben. Ah! Da ist sie. Vielleicht bekomme ich sie von hier aus auf. Ist denn das Böse? Die Katakomben. Da sind wir sicher. Darf ich nicht durchschließen? Okay. Ne, das sind sowieso gute, glaube ich. Oh, ist da wieder was schönes gefunden. Sprengstoff. Ich habe jetzt Sprengpfeile. Hütet euch. Ach so, guck mal. Manchmal steht es gar nicht dabei mit dem Tränen. Okay. 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 Soll ich es hier machen? Soll ich sie doch abschießen, oder was? Weg von der Tür! Ach so, okay, ich wollte schon sagen. Äh, ach so, falsche Mausen, falsche Taste gedrückt. Ah! 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 Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Hm. Sind die schon beim Turm? Ich hab ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie weit wir von der Story schon sind. Aber Turm klingt eigentlich schon ziemlich weit. Aber wer weiß, wie lange ich noch bis dahin brauche. Wir müssen zurückkehren. Aber der Tag ist fast um. Und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Jetzt kann ich es lesen. Und es deutet irgendwo hin. Wir gehen mal weiter auf Überleben. Verbessern sie Feuerpfeile und die Reichwelle des Franzes. Hm. Ich will irgendwas, das mich so noch ein bisschen mehr abhärtet. Granatpfeile und beim Einschlag zusätzlich... So, die Granatpfeile kann ich dann auch auf Gegner schießen. Hm. Hm. Was? Die kann ich jetzt auch verbessern? Ah. Na gut. Gibt's zwar nicht so oft im Nahkampf, aber... Also ganz schön viele Dokumente. Mein war schon hier. Die Flora unseres Tals, von den großen Bäumen bis zu den kleinen Pilzen, war unseren Vorfahren fremd, als sie hier ankamen. Es brauchte Zeit und Tragödien, die Sprache des Landes zu lernen. Aber jetzt geben wir das Wissen jeder Generation weiter. Die Erde gibt uns, was wir brauchen. Es gibt das Heilkraut, das ihr bei Wasserquellen und in geschützten Buchten finden könnt. Das Birkenholz des Waldes, gerade und fest, kann gesammelt und für Pfeile genutzt werden. Und die Fliegenpilze, die ihr an faulendem Holz oder an dunklen, feuchten Orten findet, ergeben ein starkes Gift. Genau so tolerant. Oder für den nächsten Luchs. Zum Glück ist die Lara so rank und schlank, ne? Mal angenommen, die würde fünf oder zehn Kilometer mehr wiegen, das wäre doch einiges gar nicht möglich gewesen. Das würde ja immer... ...gleich... ...abstupfen. Los, springen! Wie viele Branden? Wie viele? Zwei hab ich. Noch zwei Branden. Sarah, ich bin hier, aber wir stehen unter Helikopterbeschuss. Ziehen Sie Trinities Aufmerksamkeit auf sich! Irgendwie! Das erledige ich. Das kann ich. Das kann ich, ja? Das kann, kann man. Okay. Warte mal. Ich kann hier auch noch hoch. Also da... Da soll ich hin, aber... Ich kann hier auch noch hoch sprengen. Oder auch nicht, nur zurück. Schade, ich dachte, ich komme hier oben irgendwie drauf. Nee. Müssen wir uns verstecken, irgendwo anders. Na gut, dann doch nochmal zurück. Ja. Sehen Sie die Aufmerksamkeit von Shunichi auf sich? Ja, wenn es weiter nichts ist... Krass ins Stai. Ja. 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 Ja, Mann. Oh nein, die ist ... also doch, ich will grad sagen, die ist gelöscht worden oder so. Die bewegen sich zu schnell! Mit Arbeit zu bewegen! Wo denn? Haben wir noch ein paar? Nee, klappt nicht. Guck mal, das sind sogar direkt Sprengpfeile, die ich einsammle, ne? Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Was? 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 Sammeln die das denn? Ah! Jetzt! Jetzt! Hm, ist doch nur ein Helikopter, der macht mich schon weg. Was? Hätte ich denn anschießen können, den Helikopter? Wahrscheinlich nicht. Ah! Aua. Wo denn? Oh, oh. Was freu'n bisschen ist, ich finde das so traurig. Das fühlt sich irgendwie schon an wie ein Endfight irgendwie. Oh, da hängt einer. Wo war ich das? Entschuldigung! Oh, sorry! Ach, ich hab gar nicht mehr nach den Funkgeräten geguckt. Fällt mir grad ein. Oh, ich glaub ich hab grad auf Freunde geschossen. Ach, was die Bandschelung. Ich hab's auch gut überwommen. Ach, ich hab's auch gut gemacht. Ach, ich hab's nicht gesehen. Ach, das ist so krass. Ach, das ist so krass. Da haben sie wieder ihre eigenen Leute untergebracht. Sag mal! Nein! Oh! Da steht sie. Voll reingerannt. Herr Bode, nach der Bode. Wer hat eine Granate? In Depo. Wie weit sieh raus? Granate raus! Ja! Ja! Was ist das? Man sieht die Leute auch immer so schlecht, wenn man nicht gerade gut rückt halt, ne? Geschäft! Laura, bist du da? Trinity überrennt den Turm. Wir sitzen unten in den Katakomben fest. Verdammt! Haltet durch! Schon unterwegs! Elias und ich wollen versuchen, die fernen Hügel zu erreichen, wo der alte Bär lebt. Trinity sammelt sich immer noch in der alten Sowjetbasis. Wir brechen in der tiefsten Nacht auf. Es ist ein Risiko, aber uns steht ein Kampf bevor. Wir werden die Heilkräuter brauchen, die auf diesen Hügeln wachsen, wenn wir überleben wollen. Okay. Warte mal, ich hab... Wir bleiben schon bei der... Was haben wir hier? Mündungsbremse. Leite ich hier bei vollem Fahrzeug mit Gas ab, um den Rückstoß und das ungewollte Anheben des Laufes zu reduzieren. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Und Großraummagazin ist auch nicht schlecht. Geht beides so recht? Ja, weil ich so fleißig geplündert hab. Nein. Oh, das schießt sich wirklich schlecht viel besser. Aber wir müssen erst was lesen, bitte keine neuen Feinde. Ein Jahrzehnt her, dass wir Kitesch verloren haben. In den ersten Jahren dachte ich, wir würden sterben. Wir sind die Verbliebenen eines einst großen Volkes, aber wir überlebten. Der Kampf wurde zur zweiten Natur und dann zur Lebensweise. Unsere Zahl verringert sich nicht mehr. Wir werden vielleicht nie wieder groß, aber wir überleben. Diesen Winter und den nächsten. Ich weiß es, denn Gott gab uns ein Zeichen. Letzte Nacht kam ein Wilder in unser Camp, abgemagert und von Fieber geschüttelt. Wir gaben ihm Essen, schnitten seinen Bart und säuberten seine Wunden. Die anderen erkennen ihn noch nicht. Es ist zu lange her. Aber ich kenne ihn. Der Prophet. Der Prophet ist zurückgekehrt. Der Prophet ist zurückgekehrt. Ja, wer könnte das denn sein? Ich habe ihn in seinen Fuß geschossen. Oh, nicht klar. Wir gehen jetzt in die Katakomben. Wir brauchen Verstärkung hier. Oh ja, das bin ich. Oh ja, das bin ich. Na dann. Das ist vage. Das ist wie in Gothic. Wenn die dann von Weit in den anderen Seiten kommen, wird es schalten und verschieben. Versucht es nur. Na los. Feuer zu uns. Verdammt. Geht, 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 geht an dir! Wo ist denn der? Da war da aber auch einer. Ah, hier. Echt viele. Mein lieber Scholli. Voll. Jetzt kommt wieder die Special-Type. Die aber halt nix gegen meine Sprengpfeile ausrichten können. Das haben Sie verdient. Kommen Sie mit. Vor langer Zeit brachte unser Prophet die göttliche Quelle in dieses Tal. Meine Vorfahren bauten Kitesch, um sie vor der Außenwelt zu schützen. Wozu denn? Was ist die göttliche Quelle, Jacob? Ein Artefakt aus längst vergessenen Zeiten. Wir glauben, darin ist ein Fragment der Seele Gottes. Der Legende nach erhielten jene, die die Quelle erblickten, die Unsterblichkeit. Aber schon immer wurden auch andere angelockt von ihrer Macht. Trinity. Ja. Sie wollen ihre Dunkelheit über die Welt bringen. Mit der Quelle wären ihre Soldaten unbesiegbar. Helfen Sie mir, sie zu finden, bevor Sie es tun. Das ist nicht Ihre Bürde. Doch, natürlich! Mein Vater ist dafür gestorben. Sie können ihre innere Leere nicht füllen, Lara. Sie können sie nur freigeben. Ich werde sie finden. Mit oder ohne Hilfe. Warte! Sophia, lass mich gehen. Ich muss tun, was ich kann. Du hast Blut für uns vergossen. Ich will dir helfen. Du weißt, wo der Atlas ist? Die Kathedrale. Die unterirdischen Archive. Aber dahin folgen wir dir nicht. Wieso? Was finde ich dort? Da sind andere. Die Unsterblichen. Sie töten jeden Eindringling. Mein Vater glaubt, sie werden Trinity stoppen. Darauf kann ich nicht warten. Ich weiß. Hier. Nimm das. Damit schaffst du es zur Kathedrale. Und wieder konnte ich die ganzen Leute nicht lieben. So, ihr Süßen. Ähm. Ich würde sagen. Wir hören aber hier auf für heute.